Freunde in der Nacht, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines kleinen, aber umso feineren Magazins FotoMove. Und heute mal zu einem Thema, das ja gerade in den Foren immer wieder eine Rolle spielt. Das ist der große Themenkomplex Fotorecht. Was darf man überhaupt noch fotografieren? Was darf man nicht fotografieren? Gibt es da Probleme, insbesondere eben auch bei der Menschenfotografie? Und natürlich muss ich bei so einem Thema immer ganz deutlich sagen, ich bin kein Jurist, ich bin kein Anwalt. Ich darf keine Rechtsberatung geben. Was ich hier machen kann, ist einfach nur aus 25 Jahren Berufserfahrung zu erzählen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das, was ich euch erzählen kann, zu etwas mehr Entspannung führt. Denn nicht jedes Thema muss einem da oder jedes juristische Thema muss einem da Angst machen. Deswegen werden wir jetzt mal die verschiedenen konkurrierenden Rechtsbereiche uns anschauen. Und zum Schluss will ich euch einfach noch ein paar Tipps für die Praxis geben. Und ich glaube, da kann man so manchen dicken Stein, der auf euren Herzen liegt, dann auch schon mal beiseite rollen. So, dicker Stein ist natürlich die Angst davor, irgendwann mal vor Gericht zu stehen. Oder sich mit jemandem auseinanderzusetzen müssen, auf weniger freundliche Art und Weise. So, ich schicke jetzt mal so drei Dinge vorweg, die ihr bitte im Kopf behaltet, während ich über das andere referiere. Dann muss ich es nicht immer wieder dazu sagen. Das eine ist, ja, dicker Stein, wenn es tatsächlich mal Krach gibt, so, und die Lage ist tatsächlich verworren, dann entscheidet in Deutschland immer ein Gericht. So, das ist, da gibt es auch keine klare Aussage, egal was ihr im Internet auch noch zu diesem Thema findet. Wenn euch irgendjemand sagt, da gibt es eine ganz eindeutige Regel, das ist Blödsinn. Es gibt auch immer eine andere eindeutige oder pseudo eindeutige Regel, die dem so ein bisschen konkurriert oder widerspricht. Und am Ende des Tages müsste dann ein Richter entscheiden. Das findet ja auch ab und an statt. Das findet übrigens auch im professionellen Bereich statt, beziehungsweise wird das sehr beobachtet. Unsere berufsständischen Vereinigungen haben natürlich juristische Abteilungen, die im Prinzip für uns alle, für euch, für mich, dafür sorgen, dass wir Fotografen eben noch Fotos machen können. Und insofern, ja, am Ende des Tages entscheidet das Gericht und es gibt keine ganz eindeutige Aussage zu irgendeinem Thema. Dann das zweite, ihr kennt das früher aus der Schule, in der Klasse gab es immer einen, das Thema war 30 Mal erklärt. Der Lehrer hat es von 50 Seiten beleuchtet und ein oberschlauer Schüler oder eine Schülerin standen auf und sagten, ja, aber was ist denn, wenn da die Oma um die Ecke kommt, im Hintergrund ein Dinosaurier läuft und dann ist ein Flugzeugabsturz und dann sieht die Lage doch wieder ganz anders aus. Also völlig exotische Beispielfälle. Ja, die gibt es auch zu jedem Thema. Das übersehen wir jetzt auch mal. Das, worüber ich heute spreche, ist das normale, und das ist ja auch schon eine Bandbreite, das normale Fotografieren in den gängigen fotografischen Genres, insbesondere bei euch, die ja Hobbyisten sind oder Amateurfotografen. Und insofern jetzt keine exotischen Ausnahmen, die eh nur alle 100 Jahre oder nie vorkommen. Und das dritte ist auch nochmal ganz wichtig, insbesondere wenn wir uns das Urheberrecht gleich anschauen. Das Problem ist ja nicht das eigentliche Fotografieren. Das muss man klar im Kopf haben. Die Kamera in die Hand nehmen, ein Foto machen. Ja, das ist unproblematisch. Auch da nehmen wir die exotischen Fälle jetzt mal raus. Wir hören ja immer mehr Idioten, die irgendwo Kameras in Intimbereichen installieren und dann eben gruselige Fotos von Menschen ohne Einverständnis machen, insbesondere von Frauen ohne ihr Einverständnis. Das wäre jetzt so ein exotischer, leider nicht mehr ganz so exotischer Fall. Sowas wäre natürlich dann auch insgesamt verboten. Aber das normale Fotografieren, also losziehen, auf den Auslöser drücken, das ist unproblematisch. So, schwierig wird es. Und das ist eben der Bereich, über den wir jetzt reden, beim Veröffentlichen der Bilder. So, sobald ich die Bilder zeige und der Öffentlichkeit zugänglich mache, die meinen privaten Bereich verlassen, dann gibt es eben Regeln und Dinge, an die ich mich halten sollte. Aber ich glaube, und das werde ich euch zeigen, die Regeln sind eben lange nicht so schwierig und so umstritten und in der Praxis nicht durchführbar, wie mancher glaubt. So, ich habe es gesagt. Lass uns starten mit dem Urheberrecht. Das Urheberrecht ist ja relativ einfach. Das Bild, das ihr gemacht habt, gehört euch. Und ihr könnt bestimmen, was damit passiert. Sei denn, ihr habt irgendwie vertraglich ein Nutzungsrecht geregelt, da komme ich gleich zu. Aber das macht ihr als Amateure ja im Prinzip selten oder nicht. Und insofern könnt ihr das Bild veröffentlichen. Ihr könnt es in die Schublade legen und könnt es auch löschen. Ihr könnt mit eurem Eigentum machen, was euch gefällt. Schwierig wird es, wie gesagt, beim Veröffentlichen. Schublade legen und kaputt machen, kein Problem. Aber es gehört euch. Und am Punkt Veröffentlichen, so, da treten, wie ich ja schon eingangs sagte, treten dann die Probleme auf, weil man dann quasi in der Öffentlichkeit auf andere Rechtspersonen trifft, die eigene Anforderungen haben. So, und das ist vor allen Dingen, das kennen wir aus der Personenfotografie, das Recht am eigenen Bild. Ich glaube, das ist auch der Bereich, der am meisten umstritten ist. So, jeder hat das Recht am eigenen Bild. Und was vor allen Dingen mit dem eigenen Bild passiert. Klingt jetzt, boah, da kann man ja niemanden mehr fotografieren. Ja, aber da gibt es so viele Ausnahmen vom Recht am eigenen Bild. Also, dass da gar nicht mehr so viel überbleibt. So, Ausnahmen sind, man ist auf dem Foto nicht erkennbar. Ich glaube, das ist logisch, wenn man einen eh nicht erkennt, dann, was soll das Ganze dann? Wenn man Beiwerk ist, das ist natürlich so eine Frage, ab wann ist man Beiwerk. Aber es ergibt sich meistens auch aus dem Foto. Wenn ich einen Freund von mir oder meine Freundin auf einem Marktplatz fotografiere und im Hintergrund rennen noch ein paar Leute rum, dann sind die natürlich nur Beiwerk. Wenn mein Freund jetzt aber auf einer Bank sitzt und da sitzen auch noch zwei andere Leute drauf, dann sind die eben auch gut zu sehen. Sind die dann nur Beiwerk? Beiwerk, aber in der Praxis, ja, fällt das eben oft nicht so auf. Aber auf die Praxis komme ich ja ganz zum Schluss zurück. Da gibt es auch letzten Endes nicht diese Daumenregeln, von denen immer gesprochen wird. Wenn so und so viele Leute, dann darf man das, dann darf man das. Lasst euch auf so einen Scheiß nicht ein. Beiwerk ist erstmal das, was ihr als Beiwerk empfindet. Das müssen andere nicht so sehen. Aber wie gesagt, dazu im Schluss mehr bei den Praxistipps. So, dann bei Veranstaltungen darf man eh fotografieren, gerade bei Demonstrationen, ähnlichen Außenveranstaltungen. Bei Personen des Zeitgeschehens gibt es Einschränkungen, Prominente, was die natürlich auch nicht so prickelnd finden, aber es ist so. Ja, und der große Bereich Kunst ist dann eh nochmal frei. Okay, nur jetzt nicht denken, ach, ist ja super, erkläre ich mich zum Künstler. Das müsste man dann, wir reden ja immer davon, wenn man sich überhaupt rechtfertigen muss. Das müsste man dann schon klar machen, dass man wirklich eine künstlerische Intention hatte. Und das ist nicht so einfach. Das muss man dann dem Gericht auch nachweisen, dass man als Künstler auch aktiv ist. Und dass man halt nicht nur die Kunstfreiheit benutzt, um andere, um für sich selber andere Rechtsbereiche einzuschränken. Das würde dann schon hinterfragen, ob ihr wirklich Künstler seid. Und da kann ich meine eigene Sendung so machen. Da habe ich, glaube ich, schon mal, was ist Kunst, aber das kann ich nochmal vertiefen. Dann gibt es weiterer Rechtsbereich, der Recht am eigenen Besitz, also die Panoramafreiheit. Und ja, das ist bei Außenaufnahmen selten kritisch. Es sei denn, es ist ein großer Zaun ums Haus und man will, wenn ich da jetzt mit einer Leiter drangehe und rein fotografiere, dann ist das natürlich nicht erlaubt. Ich glaube, das ist auch logisch, aber ansonsten ist es eigentlich schon erlaubt, alles, was in der Gegend rumsteht, zu fotografieren. Einschränkungen gibt es beim eigenen Besitz natürlich, wenn ich andere Gelände betrete. Das ist eine Einschränkung. Ein Einkaufszentrum oder ein Museum, da muss ich tatsächlich aufpassen, weil da sind oft Einschränkungen, die stehen auch ganz oft irgendwo am Eingang. Hier ist fotografieren verboten oder hier darf ich oder unter bestimmten Umständen oder nicht mit Stativ oder was immer, die sich ausdenken. Also, sobald ich in ein Gebäude hineingehe, dann gilt da schon das Hausrecht des Besitzers. Und das ist ja auch gut so, sonst könnte ja auch jeder in eure Wohnung kommen und Fotos machen und die nachher veröffentlichen. Das würde ja auch niemand wollen. Ausnahmen gehen dann über Genehmigungen. Meistens kann man einfach fragen, dann geht es vielleicht trotzdem. Aber alles, was innen ist, ist erstmal Recht des Besitzers. Alles, was von außen fotografiert wird, bis auf logische Ausnahmen, ist eben auch wieder möglich. Ja, dann haben wir das Nutzungsrecht. Nutzungsrecht, das ist so ein bisschen Spezialfall, das ist einfach eine vertragliche Regelung über all das, was wir jetzt hier sprechen. Das kann man mit einer Person machen, mit einem Modell, das Nutzungsrecht klären. Man kann Fotograf und Auftraggeber können das Nutzungsrecht klären. Das ist quasi, ja, die in Vertragsform gegossene Einigung über alle Fragen, die ich jetzt gerade hier vorgestellt habe. Insofern machen insbesondere natürlich Profis gerne Verträge über das Nutzungsrecht, um da auch sicher zu sein. Und dann geht es natürlich auch Penunsen. Das spielt dann natürlich auch eine Rolle, weil man das Nutzungsrecht eben fair kaufen kann. Wow, heißer Ritt, jetzt habe ich wahrscheinlich alles einmal durcherzählt und jetzt habt ihr Fragezeichen im Kopf. Deswegen will ich es euch jetzt für die Praxis zusammenfassen, wie ich es versprochen habe. Also im letzten Teil einmal Praxis. Wenn man das alles zusammennimmt, gibt es eigentlich kein großes Problem. Punkt. Wenn ich Blümchen und Schmetterlinge fotografiere, darf ich das eh. Wenn ich Landschaftsfotos mache, große Landschaften, Stadtlandschaften, irgendwas, darf ich das eh. Wenn Leute jetzt nicht gerade voll im Bild sind und vielleicht auch noch ungünstig abgebildet werden, auch kein großes Problem. Wenn Leute sehr, sehr groß im Bild sind und ich diskriminiere sie vielleicht auch noch dazu oder sie wollen nicht fotografiert werden, dann eben sensibel sein und ein bisschen vorsichtig. Insbesondere nochmal bei Veröffentlichungen. Das geht ja heute schnell. Was also tun in der Praxis? Man kann sich ein stilles Einverständnis holen. Also wenn ich jemanden fotografiere, Straßenmusiker zum Beispiel oder irgendjemanden, der in der Gegend rumsitzt, dann nicht heimlich fotografieren, sondern schon mit der Kamera hinsetzen und mal Blickkontakt suchen und auffordern vielleicht zu lächeln. Schon ist eine Basis hergestellt. Viele wollen, fragen nachher auch, kann ich das Foto vielleicht zugeschickt haben? Das ist ja schön. Oder man kommt noch nett ins Gespräch. Manchmal ist es auch so, dass Leute so machen, dann fotografiert man sie halt nicht vor Dori. Also heimliches Fotografieren von Einzelpersonen lasst, denn da würde tatsächlich nur noch der Kunstparagraf zählen, über den ich ja eben schon gesprochen habe. Dann dürfte ich das, ich als Fotokünstler darf das, aber auch nicht zu reinen Werbezwecken, zu Geldverdienzwecken, beziehungsweise zu Zwecken oder in Zusammenhängen, die die Person wirklich diskriminierend darstellen. Und all das, was ich jetzt gesagt habe, finde ich, für mich, so bin ich erzogen, sind eh Dinge, die man nicht tut. Punkt. Auf der anderen Seite, wenn ihr die Bilder wirklich nur privat benutzt, also was immer ihr fotografiert habt, ihr benutzt die Bilder nur privat, ihr veröffentlicht die gar nicht bei Facebook oder sonst wo, dann wo kein Kläger, da kein Richter, auch das zählt ihr, dann sieht sie ja auch keiner, dann könnt ihr die ja euren Freunden zeigen und dann werden sie ja auch nicht veröffentlicht. Also alles in allem habt ihr jede Möglichkeit, nahezu jedes Foto zu machen, ohne dass es Ärger gibt. Und wenn wir Fotografen uns daran halten, was glaube ich die meisten tun, einfach freundlich auf der Straße zu sein, freundlich beim Fotografieren uns auch präsentieren, zu erkennen geben als die Menschen mit der Kamera, dann begegnet man uns im Allgemeinen auch noch freundlich und wenn man jemanden dabei hat, der so ein bisschen, naja, übervorsichtig ist mit seinem Personenrecht und auch direkt ein bisschen aggressiver wird und sagt, das möchte ich nicht, löschen sie das Bild, tief durchatmen, entweder sagen, ich habe sie ja gar nicht fotografiert, entschuldigen oder zur Not auch das Bild löschen. Also wollt ihr es wirklich wegen einem Foto auf Ärger mit jemandem ankommen lassen, der das offensichtlich so eng liegt? Also ich nicht und ich musste das auch noch nie und in 25 Jahren habe ich gesagt, hatte ich solche Fälle vielleicht, ach, zwei, dreimal, einmal ein Missverständnis mit einer Dame, die nicht fotografiert werden wollte, die glaubte dann, ich hatte sie fotografiert und die hat sie einfach sehr aufgeregt und ich kriegte sie auch nicht mehr beruhigt, hatte dann aber auch letzten Endes keine Folgen oder auf einer Karnevalsgeselligkeit, die aber außen war, gab es eine Prügelei, ich habe das Blut fotografiert und einer der Kontrahenten dachte, ich sammle Beweise und ging mich dann da eben sehr massiv an, ich solle die Fotos vernichten, ich habe auch da erstmal ganz ruhig, hatte ich sogar noch einen Presseausweis, habe versucht zu sagen, nein, da geht es gar nicht drum, ich dokumentiere das hier nur, der war aber angetrunken, aber ihr seht, das sind exotische Fälle, die eben auch mal vorkommen. So, bei euch kommen die hoffentlich nicht vor, habt einfach viel Spaß und jetzt schiebt das ganze Thema mal beiseite, geht am Wochenende raus, macht vor allen Dingen schöne Fotos und wer meinen Kanal kennt, macht Fotoreien und erzählt Geschichten, das ist nämlich der nächste Schritt, ein wirklich guter Fotograf zu werden, ein Thema, das ich hier oft behandle, unter anderem auch in der Freitagssendung live um 20 Uhr sende ich hier zu fotografischen, aber auch sonst künstlerischen und kreativen Themen, oft haben wir Gäste, am nächsten Freitag ein Modell und ein Künstlerin aus Berlin, die hier im Chat zugeschaltet werden, das wird bestimmt ganz, ganz spannend, insofern zieht los, habt Spaß, macht schöne Fotos, haltet die Ohren steif und wie immer bleibt mir gewogen. Tschüss! Schöne